Ja, es gibt immer wieder Pflanzen aus den subtropischen Regionen der Welt oder den tropischen Regionen, die bei uns echte Lieblingspflanzen werden, auf der Fensterbank. Und die hier, die gehört auch dazu. Wer von euch kennt sie? Ja, viele von euch werden sie erkannt haben. Das ist die UFO-Pflanze oder auch Bauchnabelpflanze genannt. Botanisch heißt sie Pilea peperomioides. Pilea ist so eine Pflanzengattung der Kanonierblumen auf Deutsch. Ja, UFO-Pflanze ist irgendwie ein Bezug auf die Blätter, weil die wie so fliegende Untertasten hier dran stehen. Das ist mehr so ein moderner Name. Bauchnabelpflanze kann man sich ja auch gut vorstellen. Sie hat ja diese Blattansätze in der Mitte, die aussehen wie so ein Bauchnabel. Und zwei etwas ältere deutsche Namen sind Glückstaler oder chinesischer Geldbaum. Und das bezieht sich natürlich auch auf diese runden, münzenartigen Blätter. Und ein Hinweis auf die Herkunft. China, die Provinz Sichuan und Yunnan, das ist die Herkunft dieser Pflanze. Es ist ein Brennnesselgewächs. Wer hätte das gedacht? Die kann aber nicht brennen. Also sie hat keine Brennhaare. Aber sie gehört zu den Brennnesselgewächsen. Interessant ist, auf der Rückseite der Blätter, das kann ich euch hier mal zeigen, da sind so Poren, aus denen weiße kleine Kristalle ausgeschieden werden. Aber irgendwie wird dort von der Pflanze etwas ausgeschieden. Wir gucken uns das mal ein bisschen näher an mit der Lupe. Mal gucken. Es sind Poren, aus denen hier schon mal etwas Weißes austritt. Das ist so ein bisschen krümelig. Man kann das abkratzen. Aber keine Sorge, das gehört zur Pflanze dazu. Das ist also keine Krankheit. Sondern Poren, wo die Pflanze, ich nehme an, Mineralien ausscheidet, die sie einfach gelöst im Wasser über die Wurzeln aufnimmt und oben wieder los wird. Ja, kommen wir mal zum Standort. Sie möchte es gerne hell haben, aber nicht zu hell. Also keine pralle Sonne. Ein Ost- oder ein Westfenster sind ganz gut. Dunkelheit mag sie auch nicht. Also nicht in den Schatten stellen. Ich habe sie schon als kümmerliche Exemplare in den Wohnungen von Freunden gesehen, wo sie einfach so ein Schattendasein pflegte. Und dann verliert sie echt Blätter von unten her und kriegt auch immer mehr Staunässe, weil der Wassertransport nicht mehr richtig funktioniert. Also hell ans Fensterbrett. Dann ist wichtig, dass sie eine Temperatur bekommt, die nicht ganz so warm ist. 15 bis 18 Grad hat man festgestellt, ist ideal für die Pilea. Also für diese Pilea. Es gibt noch andere Kanonierblumen. Ja, vielleicht verrate ich an der Stelle mal, warum sie Kanonierblume heißt. Wenn sie mal blüht, das macht sie sehr selten, sind die Blüten unscheinbar, typisch für Brennnesselgewächse. Aber sie stoßen so richtig wolkenartig den Blütenstaub aus. Der wird so richtig rausgeschossen, kann man sagen. Das sind nämlich Windbestäuber. Und dieses Rausschießen von dem Blütenstaub, das ist halt so wie bei einer kleinen Kanone. Und deswegen heißt die ganze Gattung Pilea auf Deutsch Kanonierblumen. Ja, wenn man sie geschenkt bekommt, lohnt es sich, sie umzutopfen. Sie stehen nicht immer, weil sie auch in Massen hergestellt werden, im besten Substrat. Und das machen wir jetzt hier auch. Seid vorsichtig, denn die Wurzeln sind empfindlich. Also nicht zu rabiat da reingehen. Ich werde jetzt die Erde, ja hier unten ist sie noch gar nicht richtig, ja hier ist sie eingewurzelt, gleich austauschen und ein bisschen verbessern. Hier haben wir einen kleinen Ableger auf der Seite. Und das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, sie zu vermehren. Also wir suchen mal hier die Verbindung. Da ist die Wurzel eigentlich von der Mutterpflanze, so ein oder ein Rhizomen könnte das gewesen sein. Dann werden wir sie hier trennen. Und setzen schon mal die kleine Pflanze als Ableger in einen eigenen Topf. Dazu gibt es so richtig schöne kleine Töpfe. Ich mische gute Blumenerde mit Sand zusammen, damit die Erde lockerer wird. Wie gesagt, sie mögen echt keine Staunässe haben. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei den Pileas. Und dann hat man hier schon mal ein Pflänzchen. Als witziges Mitbringsel für den nächsten Gartenfreund. Die kommt schon mal hier hin. So und die Mutterpflanze, die kommt jetzt in einen eigenen Topf, auch mit dieser Erdmischung. Schön locker eingepflanzt. Die Wurzeln mögen immer relativ viel Luft um sich herum. Und an dieser Stelle mal ein paar Worte zum Dünger und zum Wasser. Wie gießt man die jetzt? Die Regel ist, dass man die Pilea immer erst gießt, wenn das Substrat, die Erde oben, richtig trocken geworden ist. Innen drin tiefer, sollte es aber noch leicht feucht sein. Dann wird gegossen. Diesen Rhythmus muss man so ein bisschen einpendeln und dann beibehalten. Dann fühlt sie sich wirklich wohl. Wohl gerne mit kalkfreiem Wasser, also mit Regenwasser gießen. Und was das Düngen angeht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man so einen Universaldünger nehmen, der einfach dem Gießwasser dann beigefügt wird in der richtigen Dosierung. Und der wird dann im Winter alle vier Wochen eingesetzt. Und von März bis September, das ist so die Hauptwachstumszeit, alle zwei Wochen. Eine andere Möglichkeit ist, man nimmt einen Langzeitdünger. Das können solche Düngestäbchen sein. Ja, ich breche den jetzt durch. Und diese Düngestäbchen, die werden zwei bis drei Monate reichen. Die werden in der Erde versenkt. Und dort lösen sich dann die Nährstoffe nach und nach erst raus, sodass sie der Pflanze so in der richtigen Dosierung zur Verfügung stehen. Und jetzt würde ich sagen, einmal angießen. So ein kleiner Topf muss natürlich öfters kontrolliert werden. Der ist schneller trocken als so ein großer Topf. Das war es von uns. Das war der Steckbrief zur Bauchnabelpflanze, UFO-Pflanze oder wie auch immer, unter welchem Namen ihr sie kennen mögt. Viele weitere Pflanzenfilme und Gartenfilme gibt es hier im Kanal. Den könnt ihr hier natürlich abonnieren. Und besorgt euch die Guardify-App. Die ist hier unten kostenlos zu haben. 5000 Pflanzen mit Pflegehinweisen, wo gibt es das sonst kostenlos? Also ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen.